Hallo und willkommen zurück zu Julia Mastertool. Wir verbunden durch Sternenstaub gegen Synchro der Einheit. Er hat mich irgendwie an diese alten automatischen Anruf beantwortet. Guten Tag, Sie sind verbunden mit Sternenstaub. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Das kann ich nicht einschätzen. Dann schicke ich dir einen Screenshot. Nein. Das kann ich nicht einschätzen. Dann schicke ich dir einen Screenshot. Nein. Ja, wie weit könnte ich denn da jetzt gehen? Wir machen es erstmal diffusiv. Mit einer Scherbe, die gegen jeden Vampir hilft. Ach ja. Scherbe, der Gier. Ja, wenn sie spitz genug ist, kannst du ja wie ein Pflock in einen Vampir ins Herz schlagen. Also, ja. Ich finde, wirst du den anderen Topf der Gier. Das ist explizit. Oh mein Gott, ist das alles irgendwie nicht so geil. Ja, fangen wir auch mit einem verdeckten Monster an. Gut, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Tempokrieger. Ah ja. Geht direkt für den Geschützturmkrieger. Ah ja. Gehen wir in die Battlephase. Oh. Ja, den kannst du dir wiederholen, wenn du ihn brauchst. Ein einziger Scherbenhaufen ist das. Ich habe einen 2.100 Beatstick. Was willst du dagegen tun? Okay. Ah, so. Dann kommt der Stachenschrauben-Igel wieder. So, was kann ich denn jetzt mit den beiden sinken? Oh, man ist synchron, oder? Ah, witzigerweise ja. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ja, der Monosynchron kann aber alles als Stufe 1 behandeln. Oh, das ist so. Also, der ist ein paar Leute. Dann... ...schreiben wir noch den da? Oh. Oh. Stufe 2, da kämen wir bis auf 4. 4 ist leider nichts Relevantes, das ist so blöd. Und 3 habe ich gar nichts. Ah, ist irgendwie... Irgendwie ein bisschen doof. Naja, sehr geil. Vielleicht kommt da ja noch was Relevantes. Ah! Ja, das ist doch keine schlechte Karte! Einer für einen! So, jetzt brauche ich eigentlich fast schon... Was könntest du dir denn da jetzt noch holen? Warte mal, stimmt. Warte mal, warum habe ich denn nur dich als Fünfer? Habe ich überhaupt irgendeinen, der generisch ist? Ähm... Ähm... Stärkstoffrache? Nö, ist das so der... Einzige? Ah... Ah... Komplett-generische! Na, der 12er, das Quote-on-Quote generisch. Das ist alles, man braucht man. Ach, da meine ich genau, was er da fällt. Tausend. Wow. Ja, keine Ahnung, das ist doch alles irgendwie nicht so geil. Okay... Ich habe ihn anders beschwören sollen, weil ich... Aber ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich natürlich... Gerüppelkrieger nicht beschwören kann, so... Stimmt, Gerüppelkrieger braucht ja den Gerüppel-Synchronisierer. Ich hätte das Chicken beschweren sollen, das hat, glaube ich, über 1000 ATK. Erstmal die erste Scherbe der Gear. Ja, lol. Spiele mit den ersten der drei. Ah, ja. Gehe ich wieder auf den kolossalen Kämpfer. Ja, wäre das Sinnvollste. Ich profitiere ja auch von deinem Friedhof. Da legen wir mal los. Geschützt Turmkrieger. Feuer frei. Hätte ich vielleicht bei einer anderen machen sollen. Na ja. Kaboom. Nehmen wir noch eine Karte verdeckt. Hey, habe ich die Karte falsch verstanden? Wo ist mein Surge? Hm. Von deinem Friedhof. Ach, vom Friedhof. Hm, ja toll, die sind ja alle so schwach da drin. Ach, ja gut. Stimmen. Das nenne ich mal ein Topdeck. Ja, das war's definitiv. Aber wen könntest du jetzt holen, der dir helfen kann? Der ist ja einfach alles in diesem Deck. Ah ja, den könnte er auch holen. Der ist starker Punkt, um mein Geschütz zum Kräger auszuschalten. Der ist starker Punkt, um mein Geschütz zum Kräger auszuschalten. Ja, den kann er ausschalten. Oh, der kolossale Kämpfer steht da halt noch. Kolossal und monumental steht er da. Faktieren wir mal die zweite. Sehr schön. Synchro-Druckwelle. Oh, nur offene Monster. Na gut. Beschwör ich mal. Den Gerümpel-Synchronisierer. Den zweiten von den drei auf der... ...der Hand. Wie nochmal kann ich jetzt noch ein paar Mal durchziehen? Einmal, um genau zu sehen. Aber... Alles klar. So wie du mir, ich dir. Gerümpel-Krieger, beendet's. Joah. So, so ist's dann wohl. Der wahre Yusei braucht keinen Sternen-Staub-Drachen. Ich mein, so weit kam ich an immer. Wäre schön gewesen, wenn im Finale von der dritten Staffel Yusei den letzten Gegner mit Gerümpel-Krieger besiegt. Einfach so völlig random. just, so viel geflüssig. Wie ist das denn? Ich hab dem. Einfach so völlig entspannt. Das passiert nur, wenn das passiert, okay. Fehlen aber so ein bisschen die Karten. Nein, ich könnte einfach den beschwören. Oder übel. Gibt es potenziell bessere Targets, die da jemanden führen würde? Okay. Die werden wir ein auf einen. Und legen Nitro Synchron weg. So, was gibt es denn jetzt hier für Targets? Oh, du bist auch nicht stärker. Ah ja. Wird ja gar nicht so schlecht. Immer auf Form ist ein Grundgehend zu können, ist schon ein Eis. Joa, wenn der Draw One dir hilft. Dann ziehen wir mal. Nochmal zwei Tokens. Ich meine, hey, 1900 Abitstick! Da sind 800. Ah, okay. 900 hat er ja nicht. Die Waffe aus der Waffenkammer. Nein. Warum hatte ich denn das eine enorme Sammeln? Bei mir sind das, like, drei Karten. Hä? Hä? Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Du kannst das sehen. Ja, dann geht dir der Schaden. Aber deine... Dein geliebtes Synchro Monster ist weg. Das reicht mir. Ah, nice Oh Ein Ruf der Gejagten, aber es muss in diesem Zug zerstört worden sein Oh gut, die Karte bleibt nicht attached, was wohl ein Vorteil ist Ist das nicht exakt das gleiche wie Zeitmaschine? Ich glaube, Zeitmaschine musst du dann sofort aktivieren und das kannst du jederzeit aktivieren Ah, nicht schlecht, nicht schlecht Ah, okay Das reicht aber nicht dummerweise Okay, greifen wir erstmal an mit 1800 Zerstört wird er diesen Zug nicht Den Schaden akzeptiere ich Dann Setzen wir eine Karte Und setzen noch eine Karte Und machen Endphase Oh man, das kann literally alles sein, was du da liegen hast Ich überlege gerade, wäre das ein guter Play gewesen Aber wenn es darum geht, dass du garantieren Aktivieren wir erstmal Schärfe der Gier Ah, weiß ich auch Sehr gierig Gehen wir in die Battlephase Und greifen wieder an Wie häufig kannst du das Monster noch beschützen, ne? Anscheinend oft genug Gut Ich bin nicht ganz ohne Place So Schauen wir mal Ah, das ist doch ein guter Tempo-Krieger Oh 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 Der hat mal lächerlich in 900 Angriffspunkte Äh, vier Was heißt, drei, sechs Wenn ich jetzt auf sieben komme Warte mal, was braucht ihr alle? Gerümpelsynchronisierer Turbosynchron Borsynchron Gerümpelsynchronisierer Nitrosynchron Gerümpelsynchronisierer 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 Straßensynchron Ja, das ist das erste Generische ab 8 Hm, da fehlt mir jetzt irgendwie noch was Das ist natürlich ein bisschen suboptimal Ah, das kannst du auch nicht Ich habe das perlfeißen mal Nein, nicht immer gleich Haa Das... Was? Was? Das hab ich ja noch nie gesehen. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Ich konnte den nicht vorher aktivieren. Ah, damit hab ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, sicher. Äh, sicher. Okay, das... Binde? Du kannst die ATK bis zum Ende... Ach, er setzt sie wirklich auf die doppelte Grund-ATK. Egal wie sein vorheriger Zustand ist. Das ist krass. Ja, gut. Nicht so geil. Okay. Das... Das ist gefährlich. Okay, du kommst an. Das schwimmt natürlich. Ja, das ist die Sache. Er wird leider stärker. So, gucken wir mal was da liegt. Und... Ja. So, und jetzt wo er Stufe 2 ist, gibt er meinen Gerümpelkriegern einen schönen Angriffs-Boost. 3.200. Komm da mal drüber. Ah, ja. Kommt der Scherber der Gier? Nitrosynchron! Und ich werde Nitro-Krieger jetzt nicht beschwören. Dann darf ich eine Karte ziehen, nur für den Nitro-Monster natürlich. Alles klar. Ich merke einen deutlichen Unterschied zwischen diesem Deck und dem vorherigen. Naja, was soll man machen? Das ist gemein. Gut, wenn du es so willst. Da der schöne Angriffsboost jetzt eh weg ist. Machen wir es, wie das Spiel es haben möchte. Der Nitro-Krieger. Was kann der eigentlich? Dann kriegt er nochmal einen Boost, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird. Ja, dann aktivieren wir mal eine Zauberkarte. Ah, ja. So. 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 Das Problem ist, das ist jetzt einfach nur ein Deck, was eigentlich nur funktionieren kann, wenn man Plot-Armor hat. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, dass man damit irgendwelche soliden Plays machen kann. Aber irgendwo macht das ja auch den Reiz aus, wenn man immer nur eine Karte haben kann. Wenn das nicht ist, dann das nicht. Ich bin einfach da. Jetzt müssen wir die Zauberkarte. So. 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 Äh, okay. Setzen wir erstmal eine Karte. Machen wir Endphase. Gut gespielt. Fades, Brockenkrieger. Okay. Hast du da wieder einen Effekt-Vail auf der Hand, oder? Und den hast du auch, du hast doch alles noch einmal. Warum hast du den schon wieder auf der Start an? Ich sollte mich nicht beschweren. Der Start ist auch wieder. Ha. Okay, warte mal. Kann ich vielleicht den beschwören? Wer war das nochmal? Wo ist denn der? Oder weiter unten? Da der, oder was? Sechs. Drei bis zwei. Nein, der fehlt was. Also, ich werde zwei Monster beschweren, was ich nicht wirklich kann. Ja, der fand doch ein Monster. Oh, der darf ein Monster von dir als Beachter haben. Was macht das her? Was macht das her? Hm, okay. Keiner von denen ist Speedstick. Das ist einfach nicht so geil. Und keiner von euch kann Angriff überleben. Was ist denn das? Ja, ich könnte das machen. Wer? Wer? Fünf, sechs. Welche Alter auch einen nicht empfängt hat? Das ist die Sache. Äh, keine Ahnung. Oh, der hat jetzt viel ATK. Ah, 1900. 100. Das ist irgendwie nicht so... Ja, okay. Hilf mir jetzt auch nicht so viel. Okay, das war knapp. Bin ich halt einfach. Du kannst auch nicht. Nein. Den soll man eigentlich für Sternenstaub benutzen. Aber wo soll ich denn einen zweiten Vierer herkriegen? Ist die Sache, ne? Jut. Dann, ähm... Mehrer Möglichkeiten jetzt. Machen wir so. Machen wir so. Tempokrieger. Der hat Tempo. Dann gehen wir in die Battle-Phase. Äh... Alles klar. Ich werde trotzdem in die Battle-Phase, ne? Dann eben kein Attack-Boost für mich. Nee, den, den gewinnt nicht. Dann gehen wir auf die Battle-Phase. Dann gehen wir auf die Battle-Phase. Und dann gehen wir auf die Battle-Phase. So, ich hab mehrere Möglichkeiten, jetzt. Aha. Das war sogar schlau, dass ich es so gemacht hab. Das hab ich... Wär ich jetzt in den, äh, kolossalen Kämpfer gegangen, dann hätte ich jetzt ein Problem. Wäre das Ding nicht losgeworden. Okay. 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 I cannot ah... Ah, don't I am sorry. I cannot have the In-Gain. Okay. 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 Kann ich auf den auch gehen? Kann da überhaupt was? Ah, das würde sogar reichen theoretisch. Drei. Vier, fünf. Hm, sechs. Also geht nochmal ne Befinger. Wie gestern bist du? Hm, okay, das sollte sogar gehen. Wenn das Monster ausfällt, geht da. Gerümpel-Synchronisierer. Was? Das ist doch meine Karte. Holt uns das Klanghühnchen zurück. Chicken. Dann kommt der Stachelschrauben-Jugel zurück. Und dann synchronisieren wir die alle drei zusammen. Und beschwören damit... ...Gerümpel-Wache. Wach ist das denn jetzt? Was, was, was? Ah, wer? Wie? Was passiert da? Ich kann dich lesen. Ähm... Ja, verstehst du? Du kannst einen Monster, wenn das sein Gegner kontrolliert und seine Kampfposition ändern. Dann kann dieses... ...des Infekt werden, das Spielzeug bei der Sch... Und jetzt machen wir's kaputt! Los, Gerümpel-Wache! Nein! Nicht mein kolossaler Kämpfer! Ja! Versuch was wert! Er kann sich halt selbst die ganze Zeit wiederholen. Das ist das Hauptproblem mit dem, dass er sich einfach die ganze Zeit zurückholen kann. Phoenix M. Forza at home. Ja, aber auch nur durch Kampf. Als früher, ganz am Anfang, da war der noch richtig krass. Aber... Ja, das überlege ich noch. Ich beschwöre Max! Oh nein, er ist nicht der Max! Maxi Markhoff! Greifst nicht an, weil dann ist er später wieder schwach. Deswegen... Kolossaler Kämpfer! Ja... 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 Hey, das hilft mir sogar! Da krieg ich später leider nicht so viel Schaden! Alles klar! Okay... Okay, warte mal... Jetzt ist doch irgendwie ein bisschen blöd! Ja, schon. Und wenn. Uff! die problematik ist der bleibt annulliert es ist nicht so als wäre das nur mit diesem zu wenn ich das richtig sehe das klanghühnchen das ist jetzt annulliert falls du den meinst das ist doch einfach nur doof ich brauche ich aber doch Ach, keine Ahnung. Solange er nicht auf dem Feld ist, kannst du ihn nicht kaputt machen. Aber irgendwie hilft das ja auch nicht so sehr. Das ist jetzt ein Move, den ich nicht erwartet habe. Das ist jetzt viel zu fährle, egal. Ich meine, witzigerweise, wenn ich noch Monster hätte, könnte ich dir quasi Schaden machen mit seinem Extra-Effekt. Das ist eigentlich ganz witzig. 5900. Dürft ihr reichen. Woll, hallo lieber. Hallo, hallo Kämpfer, zum Sieg! Ach, ja. Eine interessante Strategie ist einfach, am Gegner auszurüsten. Wir werden nicht vergessen und ciao. Ciao.